Musik Natürlich machst du eine Anmoderation, Mann, das ist Fanze weh. Ja, deswegen, ja. Ja, deswegen. Nein, mach ich nicht. Hallöchen YouTuber, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, Fanze weh, heute mit dabei der Micky. Der Micky. Gut, der Maxi. Und der Urge. Fett. Und das ist Micky's Video und das ist Micky's Video und deswegen mache ich gerade hier die Anmoderation. Warte, musst du jetzt nochmal neu erfahren. Ah, okay, also, nimmst du jetzt gerade auf? Ja. Okay, Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Fanze weh, nee, zum ersten seit Jahren auf Micky's Kanal. Mit dabei ist der Maxi Magdich, der Ralla aka Urge, der Coli und der Micky. Ja, moine. Auf meinem Kanal stelle ich mich mal eben vor, guten Tag, guten Tag, ich bin der Micky, bin 32 Jahre alt, stehe auf klare Kinder und spiele Minecraft. Du gehst raus, an Axel. Äh, an wen? Ah, kennst du nicht? Da er immer mit seinem Sohn da gefühlt hat. Wer? Oh Gott. Oh Gott. Also, falls der Marco das Video guckt, der weiß ich nicht meine. Jungs, also ob auch keiner mehr von euch um ist. Ich komme mit der Faust, Digga. Die können nichts ausrichten. Ist der aus Silent Kill? Ja, tot. Wer? Ne, ich dachte schon, der eine Clan-Tech hat mich so hart verwirrt. Äh. Leute. Ich bin jetzt weg. No. Das ist, wenn wir mit dem... Das ist, wenn wir mit dem... Ich bin sogar tot, Digga. Komm, lass das als Fehlungsdinger, bitte. Letztes hoch, Micky. Micky? Micky? Ja gut, das war ne freshe 1,50 Minuten Runde. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.